Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden, die vor Bogen des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst es. Ich wüsste ganz gerne, warum ich jetzt mit der rechten Maustaste jemand das Ding öffnen kann. Steuerung. Keine Ahnung. Sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, los. Mach's da auf. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Okay. Eisenachst. Ja, ja, ja. Oh. 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 Wie kann man sich drucken? Das ist alles so schön schon eingestellt. Springen. Sprinten. Ich hätte das ganz gerne auf diese Taste. Wieso geht das nicht? Systemmenü. Äh. F1. Und hier wird ja wieder linke Hand. Wo ist rechte Hand? Rechte Hand. Scheinbar. Gibt's keine rechte Hand. Hm. Nein. Es gibt scheinbar keine rechte Hand. Würde ich jetzt gerne gerade nachgucken, wo das Inventar liegt. Auf wie hier da hast du? Hm. Auf Tab. Leg ich das mal gerade da hin. Wie kann ich... Das ist F. Schleichen ist auf Shift. Sprinten. Geht nicht. Mach' wir das da hin. Und das Charakter-Mü mach' ich... Lass' ich auf Tab. Das ist in Ordnung so. Na los. Jetzt geht auch wieder raus, Junge. Warum kann ich das... Es tut mir jetzt gerade leid, dass ich mir gerade hier nur daran rumhänge. Aber warum kann ich jetzt... Das Spiel-Menü... System-Menü. So. Also. Ja, wir versuchen gleich was. Ich möchte nur gerade ganz gerne die Sachen anziehen. Wie sieht denn das aus? Mit der rechten Hand. Ich sehe jetzt linke Hand. Aber wo ist jetzt die rechte Hand? Scheinbar nirgendswo gerade. Cool. Ich verprückel sie gleich. Haha. Stirb. 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 Du hässliche Kacksau. Stirb. Stirb. Hässliche Kacksau. So. Schlüssel. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh. Oh, 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 oh. Sperrt die Tür. Und dann nichts wir. Pipp, papp, 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 papp. Nehmen wir erst mal alles mit. Äh. So. Waffen. Kann ich gerade nur... Ich kann nichts in die rechte Hand legen. Wieso nicht? Hilfe. Hilfe. Einstellung. Gameplay. So, einfach mal mal Xbox-Controller anschließen. Das kann es ja nicht sein. Moment, ich mache mal kurz Aufnahmepause und gucke, worum es sich geht. So, jetzt wieder da. Ich habe einfach nur mal kurz... Halt deine Klappe. Da fährt ein Motorrad her. So, jetzt habe ich das nämlich so gemacht. Sehr schön. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Nehmen wir die. 27. Und nehmen wir den. Und das ist gut so. Aha. Oh. Bin hab ich geschlagen. Oh. Entschuldigung. Jetzt ist das auch wieder gehen. Ich kriege noch mal ein Rappel. Rennen. Numpet 0. Wo ist der Kerl? Ist der hier noch drin oder wo? Ach, der ist da. Das ist aber doof daraus, dass der hier jetzt nicht rennen kann. Soll ich irgendeine Androchtaste legen? Oxen. Döde. Versuch doch mal die Tür zu öffnen. Jaha. Nein, es geht nicht. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ähm. Rennen. 0. Achso. So muss das. Das ist ein Ampett 0, bitte. Und das können wir irgendwo anders drauflegen. Ist mir egal. Das war nämlich nicht rennen. Das war gehen. Cool. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Okay. Ich nehm den Wagen mit. Na los Wagen. Hoi. So, was soll ich hier gehen? Ah, das ist klar. Geben wir halt hier her. Puh. Der Wahnsinn Menschen. Verdammt, dieser Drache ist aber abwechig. Anstatt, dass der Kerl nochmal die Fresse hält. Danke, Spiel. Meine Aussauern übrig. Deswegen konnte ich heute natürlich zubauen. Die Fresse. Oh. Ja. Alles klar. Kaiserliches Schmerz. Machen die beide genau gleich viel Schaden? Ja, aber die Axt liegt mir. Gut, dann würde ich ganz gerne die Eisenachst... Er ist ablegen. Cool. Okay. Wieso geht das nicht? Da steht ablegen. Er. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Bist du dafür erst hier ins Menü gehen, oder was? Er. Hallo. Hier. Kollege. Lass es doch fallen. Q, A, F. Nein. Weißt du, F macht da. Wenn ich ihm aber sage... Entfernen macht nichts. Das muss man mir jetzt mal bitte einer erklären. Gehen wir dem Arsch eben unsere... Ernsthaft? Kann ich das jetzt alles nehmen? Muss ich aber kurz mal nachgucken. Moment. Aha. Mit der mittleren Maustaste macht man das. Ich komme gerade voll durcheinander mit den Sachen hier. Überhalten wir mal. Können wir verkaufen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die können wir auch verkaufen. Die können wir auch. Die auch. Genau. Wenn wir was verkaufen können. Das, das, das. Das können wir da liegen lassen. Na, ist ein Fall. Alto-Wein. Und man konnte irgendwie... Da. F... Wie war das? FOV 90. Ah, das sieht aber immer komisch aus. FOV 80. Schon besser. Weil... Ich kann wirklich besser mit einem höheren Sichtfeld spielen. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ah. Da waren Sachen drin. Ah, Sachen. Und weiterlaufen. Das nehmen wir... Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Sollen wir noch was drauf? Nö. Mein Rallof. Ah, da ist es eingestürzt. Okay. Folterer. Ah. 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 So. Der Arsch ist tot. Eisenstreitkolben. Hm. Wie viel Schaden macht eins und Ne? Neun. Wie viel macht eins und Schaden? Zehn. Mitnehmen. Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Ja, ich werde jetzt definitiv nicht die Bücher lesen. Wenn ich... Wenn ich jedes... Halt doch mal die Fresse für einen Moment. Wenn ich jedes Buch mal lesen würde, was ich lesen wollen würde. Ist hier irgendwas anderes Nützliches drin? Nö, aber da. Okay, wie geht das? Klack. Jut. Was ist das hier? Zauberbuchfunken, okay. Gold, das nehmen wir mit. Die scheinen mir auch sehr... Nackiger Mann. Ist ja unglaublich. Ziehen die sich hier schon aus? In Spielen. Da lernen wir nichts von. Das nehmen wir mit. Und weiter geht's. Und Sonnenachs würde ich haben. Hier ist nichts. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Da liegt ein Geldsack. Nee. Haha, so. Da liegt ein Geldsack. Und drei Gold. Hier ist auch nichts. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen langsamer gehen, weil wir keine Ausgaben mehr haben. Eine schäbige Robe. Ich frage mich gerade, warum das Skelett... Knochenmehl dabei hat oder der angezogene Mann nicht. Was hast du noch? Der hat Knochenmehl dabei. Ey, nehm mal mit. Das können wir immer halt fressen. Ja, ich bin vor dir, Kollege. Wir könnten... in irgendeiner späteren Folge... Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Äh, der wird so schnell nicht kommen. Dass wir in irgendeiner späteren Folge mal... die Entwicklertruhe aufsuchen. Und ich sage, dass wir das noch mal ausrüsten. Wo es auch nicht wirklich schlimm ist, wenn wir sowas machen. Das nehmen wir mit. Und den langen Bogen nehmen wir mit. Das kann hier bleiben von mir aus. Ja, ich mache gleich sofort weiter. Waffen. So. Äh. F. Und die können hier bleiben. Ding Dong. Die Folge ist zu Ende. Okay. Ähm. Zack. Aber was ist jetzt für diese Folge hier? Wir machen gleich in der nächsten Folge sofort hier weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also. Ciao.